Das will die Polizei akzeptieren. Wir demonstrieren hier, heute, wegen der Situation mit der sogenannten Siegheiz-Konferenz, die nicht eine Sicherheit-Konferenz ist. Es ist eine Konferenz, wo die Pläne für die nächsten Wörter sind, und die Menschen mit vielen Ländern in der Welt verabschieden. Geht hier! Geht hier! Okay, danke sehr. Das ist er? Ja. Nein, das ist... Was ist der Name wieder? Der Hauptchefer. Wer? Der Hauptchefer. Es ist wirklich schwer. Herr Präsident, habe Sie eine Frage. Warum sind Sie? Ich bin heftig. Herr Präsident, wen Sie haben? Herr Präsident, meine Damen und Herren. Herr Präsident, wie Sie wollen? Wie war es Ihnen? Hallo. Herr Präsident, wie忙. Any reaction to the news from Mecca? Secretary Gates, any reaction?